Und es ist wieder Zeit für eine weitere Story, denn von Cockhausen schalten wir direkt wieder ein zu Super-Karotte, ganz richtig. Denn er ist wieder zurück. Und heute muss er sich wieder fassen, denn GG-Hase ist zurück. Und er wird wieder ein paar Karotten klauen. Diesmal von Onkel Hase. Auch meine süßen Karotten, die sind endlich bereit zum Reifen. Ich freue mich schon sehr doll auf diese Karotten. Ich bin GG-Hase und werde diese Karotten sowas von klauen in meiner neuesten Maschine. Oh, ihr seid immer schön. Ihr schönen Karotten, ihr seid super schön. Hey, warte mal, warum werdet ihr immer weniger? Hallo, kommt noch zurück. Oh nein, was mache ich bloß? Meine ganzen Karotten sind weg. Hilfe! Alle diese Karotten sind meine. Ich brauche sofort Hilfe, meine Karotten sind weg. Ich habe da Hilfe gehört. Super-Karotte muss schnell ein, denn sonst sind alle Karotten weg von Onkel Hase. Ich muss schnell Milch auf den Weg machen. Hilfe, Hilfe! Ich bin wieder da, was ist das Problem? Super-Karotte, meine ganzen Karotten sind weg. Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Hahaha, guter Witz. Aber jetzt einmal ehrlich, als würden Karotten immer weg. Karotten? Sie sind ja wirklich weg. Fuchsteufel Sinn. Ich habe Hecht gehabt, oder? Aber wo könnten sie sein? Ich weiß, wo sie sind. Was ist denn? Kann ich kurz jetzt vielleicht ein Loch da unten machen? Ausnahmsweise, wer das zählt bei der Comeback zu machen, dann ja. Okay. Let's go. Es ist endlich da. He he. Komm her, du Gigi-Hase. Oh, super Karotte. Du wirst diese Karotten wieder zurückgeben. Und warum nicht? Was nicht? Dann kannst du schon mal fassen, dein blaues Wunder zu erleben. Okay, ich gebe sie zurück. Ich weiß, das ist ein Problem, oder? Ja! Hahaha. Wenigst bin ich darauf reingefallen. Aber okay, das ist gerade nichts. Hier ist schon mal ein großer Arschtritt. So lange, gay-Super-Karotte. Ah! Ich brauche schnell eine Sache, damit ich mich nach oben holen kann. Jetzt brauchen wir WIWO-WAKU-Musik mit diesem Teil hier. WIWO-WAH-WI-WEN! Oh, nein! Okay, jetzt. Meine Karotten! Ach, Mann! Und somit sind die Karotten wieder da. Danke! Super Karotte, du hast meine Karotten wieder gebracht. Das mache ich doch immer wieder gerne. Och, Mann! Ich will doch so mit dir eine Karotte haben. Oh, Mann! Ich will so mit anderen. Deine sind so lecker! Und deshalb... Keine Sorge! Es ist alles gut. Die Karotten gehören zu dir. Auch wenn sie tot ist. Ist aber egal. Es ist gut für alle da. Oh! Das ist jetzt aber nett. Und damals bekommt ihr wieder ein weiteres Abenteuer erlebt. Das stimmt. Schreiben Sie auch mal nett mal. Bei Super Karotten! Präsentiert von Korkhausen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017